Guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herren, hier spricht Angela Merkel, ihre Bundeskanzlerin. Wir stehen im Superwahljahr und der Wähler hat neue politische Konstellationen erzwungen. Die grün-rot-rote CDU-FTS-PDU-Ampel-Jamaika-Koalition hat ihre Arbeit aufgenommen und jetzt wird ihr Vorsitzender Dr. Hagen von und zu auf und davon Theodor Gut zu Merkelberg in einer Grundsatzrede das Regierungsprogramm für die ersten 111 Tage vorstellen. Tja, dann wollen wir mal hören. Herr Präsident des Verbandes zur Förderung von Bauern, Landfrauen und Schmalspurschleppern, Mitglieder des Gemeinderats, liebe Presse, meine sehr verehrten Damen und Herren. Viele Bürgerinnen und Bürger fragen mich jetzt nach der Wahl immer wieder, wer denn die PIX-Staaten, Portugal, Irland, Italien, Griechenland, Spanien, Europa und wenn ja, warum nicht? Solche Fragen nehmen wir von der grün-rot-roten CDU-Ampel-Jamaika-Koalition. Ja, ernst. Sehr ernst. Denn nur wo Fragen sind, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann man die dazu passende Antwort optimal verschweigen. Also, wie ist die Situation? Ja, wir stecken mittendrin, meine Damen, in Flakrantie, in Gabi, Krise, in einer nie gekannten Krise. Was will ich damit sagen? Wir wären mit dem Klammerbeutel gepudert. Wir wären mit dem Klammerbeutel gepudert. Warum sage ich das? Weil das jeder Politiker sagt, wenn er nicht mehr weiter weiß. Ohne je begriffen zu haben, was es überhaupt bedeutet. Nehmen Sie als passendes Beispiel den Klimaschutz oder legen Sie ihn wieder hin und nehmen Sie ein Vollkornbrötchen. Ja, gerade gesunde Ernährung, meine sehr verehrten Damen und fördert doch jenen Prozess, der das Ergebnis unserer politischen Arbeit erst sichtbar macht. Ja, die Rede ist vom Enddarm. Schlagwort Verdauung. Ich meine, entscheidend ist doch, was Ihnen rauskommt, meine sehr verehrten. Oder nehmen Sie etwas ganz anderes, nehmen Sie zu. Oder ab. Oder ab und zu mal eine Banane. Ja, wer sagt uns denn, dass diese Banane den europäischen Gedanken stärkt? Ich sage es Ihnen. Niemand. Und genau das ist doch die Herausforderung. Wollen wir die Beantwortung dieser Frage wirklich nur den Primaten im Tierpark überlassen? Oder sind nicht auch wir Politiker im Landtag und im Bundestag gefragt? Meine sehr verdammten Saddamen. Schauen wir uns einmal an die Arbeitslosigkeit. Philosophisch gesehen ist ja keine Arbeit das Nichts. Ja, aber ohne das Nichts wäre doch alles Nichts, sagte der berühmte Physiker Angela Merkel. Und genau hier liegt doch der Hund im Pfeffer gebraten. Mit Bratensauce und Salzkartoffel. Aber nein, im Ernst, im Ernst, im Ernst, meine ich. Im Ernst. Ohne die Arbeitslosigkeit, die, das wollen wir doch gerne zugeben, den Betroffenen natürlich betrifft, wäre doch aber derjenige, welcher Arbeit hat, gar nicht in der Lage dazu, sich trotz seiner schlechten finanziellen Situation wohlzufühlen. Ja, Millionen zufrieden in diesem Land spüren doch längst nicht mehr, dass sie Grund zur Unzufriedenheit hätten. Nehmen Sie den Borkenrandkäfer. Ich glaube, jetzt wird es klar. Oder nehmen Sie den Eicherspinner her. Oder den Eichelhäher her. Oder den Eichelhäher noch näher her. Ja, schon anhand dieser wenigen Beispiele sehen Sie doch, wie groß die Themenpalette ist, die wir jetzt nach der Wahl aufarbeiten müssen. Und zu Recht fragen Sie mich an dieser Stelle, was hat denn all dies mit der Wettervorhersage zu tun? Ja, woher wissen wir denn, dass das Wetter vorher so war, wie nach der Vorhersage? Wir wissen es nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich sage Ihnen eins, wer hier nicht im Glashaus sitzt, sollte auch keinen Stein. Wenn Sie wissen, was ich meine, meine Seifersamen. Wobei, das füge ich als persönliche Erfahrung hinzu. Wer im Glashaus sitzt, sollte keine Schmuddelfilmchen schauen. Kernfusion, Kernfusion, Fukushima lehrt uns, wir brauchen Grundlagenforschung, die jenen Energiemix garantiert, der die Garantie für unsere Energieunterversorgung darstellt. Die doch ohne die Energiebrücke der Brückenenergie aus Kohle, Gas und Strom unüberbrückbar wäre. Lassen Sie mich der Vollständigkeit halber erwähnen, dass ich bereits im Jahre 59, als ich persönlich ja noch überhaupt gar nicht auf der Welt war, auf dieses Phänomen ausdrücklich nicht hingewiesen habe. Warum erwähne ich jetzt die Mautgebühr? Ja, weil hier unsere Idee der multiplen Mehrfachbesteuerung des Bürgers optimal greift. Ich sage nur, weniger Brutto vom Netto. Für alle. Schmaler Rede, kurzer Sinn. Wir liegen auf dem richtigen Gleis. Die Weichen sind gestillt. Wir dürfen jetzt nicht weichen, denn nur die Weichen sind hart genug zu wissen. Zusammengezählt wird am Schluss, zu dem ich jetzt komme. Ich danke mir. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.